Alex, am Ostermontag haben wir mit 1-2 gegen Wolfsburg verloren, bist du dennoch zufrieden mit der Leistung unserer Jungs? Ich denke, dass man grundsätzlich differenzieren muss zwischen der Leistung und dem Ergebnis. Die Leistung hat gestimmt über die 90 Minuten, das Ergebnis am Ende nicht. Wir haben dem Favoriten aus Wolfsburg aus meiner Sicht über 90 Minuten Paroli geboten, es war ein Spiel auf Augenhöhe, insbesondere in der ersten Halbzeit muss man sagen, dass wir insgesamt nichts zugelassen haben, dass wir gut organisiert waren, dass wir in puncto taktischer Organisation, in puncto Laufaggressivität, in puncto Pressing dem Gegner immer wieder es schwer gemacht haben, hier ins Spiel zu finden. Von daher war es ein leistungsgerechtes 0 zu 0 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit muss man dann auch ganz klar analysieren, dass Wolfsburg dann ihre Möglichkeiten, insbesondere diese ersten zwei, effektiv genutzt haben. Da konnte man dann auch die individuelle Qualität des Gegners sehen und da muss man auch sagen, dass wir aus solchen Spielen, aber auch aus solchen Situation lernen müssen, dass einfach gegen so einen Gegner, der die entsprechende Qualität der einzelnen Spieler mitbringt, jeder kleine Fehler, jedes Detail dann irgendwo auch bestraft werden kann und der Gegner das gnadenlos ausnutzt und das muss man dann auch bei den Gegentoren sicherlich konstatieren. Trotzdem ist die Mannschaft sowohl nach dem 0 zu 1 dann auch noch mal zurückgekommen, hat den Ausgleich erzielt nach sehr schöner Vorarbeit von Dennis Wolf, von unserem Torjäger Dennis Undaff und ich denke, wir haben auch nach dem 1 zu 2, was ja wirklich zeitnah auch nach dem Ausgleich gefallen ist, auch noch mal alles probiert, bis zur letzten Minute gekämpft, haben versucht dann auch noch mal ja vielleicht diesen einen Punkt auch zu erzwingen, hatten sicherlich bei ein, zwei Standardsituationen dann auch noch den Ausgleich vor Augen, aber da hat das entscheidende Quäntchen gefehlt, so dass es insgesamt aus meiner Sicht eine unglückliche Niederlage war gegen den Favoriten aus Wolf, aber auch eine Leistung, wo man sagen muss, die Mannschaft hat ja noch einmal, es war das dritte Spiel in acht Tagen, noch einmal alles rausgehauen, was ging. Wir haben in den drei Heimspielen auf jeden Fall ja mit diesen vier Punkten wichtige Zähler auch einfahren können. Ich denke auch, dass der Sieg gegen Goslar am grünen Donnerstag sehr, sehr wichtig war, auch für unsere Konstellation insgesamt und die Spieler, die jetzt auch zum Einsatz gekommen sind, wir haben ja momentan auch eine angespannte Personalsituation, haben ihre Aufgabe für das Team gut gelöst und insgesamt bleibt auch da noch mal festzuhalten, wenn man dann die Entwicklung sieht, wir haben in der Hinrunde oder die Mannschaft besser gesagt hat in der Hinrunde gegen Wolfsburg, gegen Flensburg, auch gegen Oldenburg, gegen Spitzenmannschaften deutlich verloren. Wenn man jetzt sieht, wir haben gegen Oldenburg 0-0 gespielt, gegen Flensburg 1-1, haben jetzt leider eine unglückliche Niederlage gegen Wolfsburg hinnehmen müssen. Dann kann man insgesamt schon davon sprechen, dass die Mannschaft insgesamt sowohl von der Organisation als auch von der Art und Weise, wie wir auftreten, stabiler geworden ist, sich entwickelt hat und natürlich, wie gesagt, wollen wir jetzt gucken am Sonntag in Drochtersen-Assel, dass wir dort punktemäßig wieder etwas mitnehmen und in die Erfolgsspur kommen. Am Sonntag haben wir ja nun wieder ein Auswärtsspiel. Wir sind zu Gast bei Drochtersen-Assel, wie du schon gesagt hast. Die sind in der Tabelle nur zwei Punkte und zwei Plätze von uns entfernt. Erwartet uns auch ein Spiel, das ebenso eng wird, wie die Tabellensituation zwischen beiden Mannschaften? Auf jeden Fall. Ich erwarte ein sehr enges Spiel. Drochtersen-Assel ist sicherlich eine der positiven Überraschungen in dieser Regionalliga-Saison. Sie spielen als Aufsteiger in der oberen Tabellenregion mit, haben auch insbesondere in den letzten Wochen sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt, sind unter anderem auch in den DFB-Pokal eingezogen mit einem Auswärtssieg in Oldenburg. Und was man auch festhalten muss, sie sind mit 25 Gegentoren insgesamt in ihrer Defensive sehr stabil, haben auch etliche Spiele in diesem Jahr zu Null bestritten. Und von daher erwartet uns auf jeden Fall ein Gegner, der einerseits auf einer Euphoriewelle schwimmt, andererseits aber auch taktisch von der Organisation sehr kompakt, sehr aggressiv auftritt, der versuchen wird, über gezieltes Umschaltspiel und auch über ihre Qualität bei Standards uns dann auch zu schlagen. Und wir werden die Mannschaft jetzt in den nächsten Tagen darauf vorbereiten, müssen auf der anderen Seite aber auch gucken, dass wir unser Spiel machen, dass wir versuchen, unsere Stärken in diese Partie einzubringen und dass wir insgesamt natürlich auch versuchen möchten, wir haben jetzt 39 Punkte in der Tabelle, dass wir insgesamt versuchen möchten, natürlich in Drochtersen zu punkten, um dann auch die 40er-Marke zu knacken. Und dafür wird wieder eine Leistung von Nöten sein, wo wir von der ersten Minute sowohl von den Basics als auch von der Taktik und von der Spielorganisation da sein müssen und wo jeder einfach auf seiner Position für die Mannschaft alles bringen muss.